Moin, Jérôme. Moin, Astrid. So, Jérôme, was habe ich gelesen? Dein Buch macht 170 Witzscher ab Lützebüchers als an der Hitparade von den meistverkauften Büchern, heute zu Lützebüch auf der dritte Platz. Ja, das ist fantastisch. Vielmals merci an all die Leute, die mein Projekt unterstützen. So, für was tut dein Buch eigentlich nicht 170 Witzscher? Hast du da nicht mehr gefunden? Doch, schon eine Sammlung für bei 600 Witzscher, um so ein Buch zu publizieren, wäre das immens teuer, dafür wird man an Seiten, wird das Buch mehr belichget. Leider sind sich viele Leute das nicht bewusst, machen es nur nach Fotokopien oder setzen alles gratis an den Internet. Kein Wunder also, dass so wenige Spiegel-Oplätze, die es gibt? Das ist wirklich schön. Wir kommen sehr leise mal nach einem Buch von diesen Witzscher. Ok, hier dann eine Lose-Puhe, die nach nicht am Buch steht. Ein Zaldot schreibt seiner Frau einen Brief. Stippie, kannst du mir, wenn ich glücklich 200 Euro schicken? Ich brauche dich heute für Zigaretten und so weiter. Seine Frau schreibt ihm zurück, heute ist 20 Euro, denn und so weiter kriegst du heute ihm für nächstes. Tipptopp. Astrid, war das den Unterschied zwischen einem Fußballspieler und einem Fußballspieler? Ich weiß das nicht. Der Fußballspieler geht bei Gring und der Fußballspieler bei Rot. Lühe, neufster Schule. Bitte, für was nennen wir ein Spruch, Mammenspruch? Ganz einfach, Joffa. Das ist das, weil der Papst du heim nie zu Wort kennt. Streit. Last Woche hat eine kleine Boutique mit meiner Frau, aber es war meine Schuld. Sie hat mich gefragt, was auf der Telefon war, aber nicht so. Stipps. Einen Bier. Astrid, wie wieselt reicht ein verwendet Mädchen, der fährt das Bier an der Lüte? Keine Ahnung. Papa, ich hätte gerne ein neues Appartement. Ich vom Doktor. Herr Doktor, der muss mir helfen. Ich und überall weh. Oh, da weißt du mir mal, wo dir weh hat, Madame. Ma hai, wann ich mein Name uphaken und ich weh, aber wann ich habe mein Schiller und Schiller kommen und ich weh, äh, wann ich mein Stier uphaken, dann habe ich es bald nicht mehr aus für Ping. Oh, mein, das tut mir wirklich leid. Wir schminken, ich weiss, was ihr Problem ist. Oh, was ist das mein Problem? Ma, der hat er empfangen gebraucht, Madame. Buch an CD, 177 Witser, ob Lötze, Boyer, ich fand er lo, an alle guten Librarien. Ihr könnt Buch an CD auch über Internet bestellen, und zwar über Internetseite www.witz.lu oder direkt bei den Editions de la Rosa zu krauten. Und vielmals merci. Au revoir. Merci auch. Bis dann. Adieu. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020